Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Day mit mir in den Kabinen. Äh, alle die lehrt, äh, Munition ist gekauft. So, ja, für die Ambrust nochmal Munition gekauft. Haha. Äh, wir können los. Die Fest ist ja angenommen. Kriegen wir schon hin. Nein, wir müssen hinmachen. Das ist die 10 Uhr, das heißt. Äh, wenn zu Rambazamba kommt, wird's schwierig. Und, äh, Jens, das stört in die Jungen, ist das schwierig. Möchte ich nicht haben. Möchte ich überhaupt nicht haben. Also, wir wissen, was Stress bedeutet hier. Es ist das Hotel. Wetter werden das schon ewig nicht mehr gehabt. Macht die Sache zwar nicht besser, aber gut. Ich check mal ein, war bei den Sauwetter. Wenn ich den Eingang finde. So, äh, hab ich denn nachgeladen? Also, ja, gut, wenn ich, äh, wenn ich getäter. Wenn ich getäter. Dann würde ich das tun. Ich kenne mich besser. Ich kenne mich hier hoch. Da ist nämlich den Füß. Den schenke ich mal ein Wurzen. Den Monitor. Der war sehr, sehr schnell. Habt ihr sehen. Und aggressiv. Schließe mal. Ich nehme diese Tür mit. Hab's ganz vergessen. Ich brauch die, ja. So wie gesagt. Es wird jetzt so langsam sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir lebendig hier rauskommen. Ich versuche es. Entschuldigung. Ein Klo set. Das wäre nicht, wenn ich hier es hätte. Jetzt habe ich es. So, warten Sie mal kurz, wenn ich das hier auseinandernehme. Stimmt nicht verkehrt. Da hat er noch nicht gesp... Achso, das war ja in dem Klo. Das war ja... Iiii. Wir haben hier ein Klo und kacken hier in... Nee. Jetzt... Ich... Verdrängte Marvilla. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Das müssen wir uns nicht merken. Das nehmen wir oben mit. Das nehmen wir oben mit. Da ist ja nichts hinter. Könnte aber sein. Das ist zu... Ohne Heizung. So, die Kosten werden hier nicht mehr steigen. Heizungstechnischerweise. Jetzt ja. Äh. Zum Glück habe ich was zum Trinken mit bei. Ihr wisst ja, Vorbereitung ist so, ne? Ja, alles. Und ihr wisst, Vorbereitung ist genau mein Ding. Alter, ich sage es euch. Tick, Trick und Trak. Nur die dumme Version davon. Total unfähig. So, jetzt sind wir hier immer durch. Ich sage dazu nicht. Ich sage dazu nicht. Gut, also hier ist dann schon mal... Durch, würde ich mal sagen. Gut, jetzt können wir den Weg... Äh, jetzt... Hier bleiben, meint ich. Wir müssen mich jetzt hoch. Ey, ich bin hinter der Wand. Seven Days. Das ist nicht original. Das ist kacke. Äh, was? Da. Mensch. Ich habe bloß klappern gehört. Ich habe bloß den klappern gehört. Er hat mich gesehen. Ich verstecke mich hier. Hier bin ich doch sicher, oder? Weiß wie ein Blödsinn natürlich nicht. Warum sollte ich da sicher sein? Da bin ich mir ganz sicher, dass es nicht so ist. Es war noch nie so. Naja, gut. So viele zu... Ich werde mal versuchen, ein bisschen ruhiger zu sein. Ihr wildet einfach nicht. Hey, das ist erst mal, dass ich aus dem Klo kacke, gekramt habe. Endlich wird mal die Toilette dazu benutzt, für was sie da ist. Ich bin stolz auf die Zombies. Das würde man nicht unterschätzen. Äh, wo... Es könnten... Achso, da hinten... Ach, doch. Er hat sich noch nicht mal bewegt gehabt. Ich ignoriere die. Nein. Die spielen ja nie mit. Unter uns, wa? Die sind da. Kann ich von hier aus so... Nee, dann habe ich sie nicht im Blickwinkel. Aber jetzt kommen sie damit... Ja, die kommen hoch. Die kommen hoch. Die müssten eigentlich von da... Also so rumkommen, ne? Guck mal, ich bin wieder an der Tür. Können Sie mal bitte aufmachen. Ich möchte einchecken. Nee, bitte nicht. Junge. Nein, 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 nein. So, jetzt habe ich sie auch von hinten, glaube ich. Wenn die jetzt kommen, kommen sie. Was für eine Aussage. Passt die Arsch auf einmal. War schon kaputt. Werden sie mir das einfach in Rechnung. Sind die schon oben? Wie gesagt. Das ist total unangenehm. Also eigentlich müssten sie von der echten Seite kommen, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass das so passieren wird. Die werden bestimmt denn auftauchen, wenn ich das nicht brauche. Wo denn? Mach doch hier die Pferde nicht scheu. Ach, halt doch die Klappe. Trau dir jetzt nicht mehr. Immer so ein Blick in eine Tür. Und der war nicht weniger. Schon will er einen Holzbogen bekommen. Der schon seltener jetzt wäre. Ich habe mich jetzt nicht gewundert, wenn die jetzt angekommen wären. Sag mal, wo kommen die denn? Ey, das lässt mir einfach keine Ruhe. Du kannst aber auch nicht sehen, wo die sind. Die müssten eigentlich da irgendwo sein. Ah, sind sie. Die haben sich jetzt da... Alter, die sind total bescheuert. Die nehmen die ganze Hütte außen. Gut, jetzt sind sie da. Gut, jetzt kann ich sie da wegnehmen. Das ist, äh... Ah, gut. Da habe ich wohl Zufälle erwartet. An Intelligenz. Alter, und ich habe mir in die Hosen, Alter. Gut, alles umsonst gewesen, Alter. Junge, 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 nee. Voll die Gefahr. Ihr Fahrer erkannt, ihr Fahrer gebannt. Hey, ist das doch immer so schön, ne? Aua. Warten sie mal kurz. Ich nehme mal die Kniffe. Kling. Oh, gut. Zeit für Türknäufchen. Es geht aufwärts. Aber erstmal bleiben wir hier unten. Ne? Deck nicht die Achsen an. Mach's mit. Guck mal, die anderen Türen hatten keine... Äh, 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 anderen... ...Zimmer hatten keine, ne? Also... Hey, so... Ich habe mir... ...entschwurft... ...an ihn geguckt. Ich habe auch jetzt nicht jede Bett-Ausnahme drauf. Äh... Ja, ohne Sünde, ich... ...schmeiße den ersten Stein. Au, 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 au. Nicht schmeißen. Gut, äh... ...dann gehen wir mal nach oben, ha? Aber ich lade vorher nochmal nach. Ab und zu lerne ich auch meinen Fehlern. Hier, jetzt, du hast Hunger. Du bist nur halb voll. Guck, der macht es nach dem Prinzip halb voll und halb leer. So, und du kommst oben mit. Dankeschön. Und ich brauche ihn nicht... Oh, jetzt habe ich aber, wie gesagt, den wieg nach unten und nach oben. Na doch, gab doch was. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ich werde lange kommen. Wir machen erst oben. Ich habe immer Angst, dass ich den wieder... ...übersehe. Wegen letztem Mal. Das muss nicht sein. Dann mache ich doch lieber letzte gleich. Er wird uns schon dahin führen, wo wir hin müssen. Bitte mag ich hier an den Hotels. Alter, hier sind so viele Türen. So viele. My senses have picked up something. Psst. Abischt. Alter, hier ist alt. Arsch. Ich glaube, ich sollte auch von oben reinfallen. Da, jo. Oho. Ich geh... Ja. Warte, scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach vorgreifen. Das hat die ganze Zeit immer so gut funktioniert. Loop. Droniser, hören Sie bitte damit auf. Versuche gerade einen Hund zu erspähen. Das ist bloß Mutchen. Dicknehmer, erhöhte Position. Ja, ja. Da sind sie. Tick, trick und track. Bin dick. Also, ich habe das jetzt getauscht. Eine Drohnen sind das nicht mehr. So. Nimm ich. Das coole ist natürlich... Jetzt haben wir dann wieder das Problem, dass ich die ganzen Zombies suchen muss. Aber gut. Wir haben jetzt nichts weiter zu tun. Na denn. Kommen Sie mal. Sie ist schon wieder da. Oh, andere Seite war da. War nicht hier irgendwie... War doch auch irgendwas. Verdammt. Ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, das war hier. Das hatten wir letztes Mal auch hier. Wir haben letztes Mal auch hier vom Weg abgekommen und mussten dann auch Zombies suchen. Gut. Ich höre nicht mehr auf dich. Sie erholtet selber wie auf der anderen Seite. Das unten auch was explodiert. Ich wartet nicht. Gut. Ähm. Halt mal fest. Etwa dumm. Gut. Ähm. Dann geht das jetzt nach unten. Ne. Warten Sie mal. Hatte ich hier schon alles? Ne. Hattte ich nicht. Ich wollte ja unbedingt nach oben. Toll. Ich würde natürlich mich verraten. Ich würde jetzt irgendwann auftauchen, ne? Ja, ich weiß. Also, ich lobe, ich weiß nicht. Achso, die ist auf die Seite. Dann kann ich doch noch ein bisschen rumschrauben. Hau... 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 Hier geht es jetzt runter und... Kenne ich auch. Hau... Sind damals von da unten gekommen. Ich glaube, sie versuchen es nochmal. So, jetzt kommt er aber nicht mehr hier hoch. Was macht er nun? Jetzt kommen sie von da, wa? Jep. Hey. Reuchtbar kommt von oben rein. Holla hin. Holla ho. Ein paar verrückte Zombies. Holla hi ha ho. So. Warte jetzt, bis die hier hochkommen. Schießt ihr mal in den Rücken. Nein. Sie hat geschrien. Die blöde Kuh hat geschrien. Juh, die Kappi auch hier noch Zeit gelassen, ne? Bereiten wir uns mal ein bisschen vor. Kann nicht schaden. Da sind sie. Meine Drohnen. Ich seh die aber noch nicht. Wir haben noch Zeit zum Verschwinden. Noch haben sie keinen Durchblick. Genauso wenig Wicke. Gut, dann würde ich mal sagen, ich klopke mal kurz hier die Tür weg. Muss mir denn aber irgendwie kicken, dass ich... ...mir hier irgendwo eine Unterkunft suche. Achso, hier war ich schon. Hier ist schon alles entkehrend. Hallo? Hallo? Äh... Warten sie mal. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Bleib mal kurz still. Oh. Gut. Ich hab jetzt noch was anderes gedacht. Ich hab gedacht, das ist ein Raum, den ich noch nie hatte. Geh ne Panik. Incoming enemies, prepare for conflict. Achso. Ich wollt grad sagen. Oh. Ich glaube, in den Raum haben wir nämlich letztes Mal auch vergessen. Das mach ich jetzt einfach mal so. Das nimm ich auf der anderen Seite. Luke, scheiße. Ne, doch, ist doch richtig. Warten sie mal. Da schenke ich doch mal kurz ein Wolzen. Ah, danke schön. Zu spät. Hey, gut. Hm. Warten sie mal kurz. Jetzt nicht, dass ich Stress hätte oder so. Komm, wie es technischerweise, aber so viel Zeit muss sein. Ne, du bleibst bei mir. Äh, so. Machen wir mal das so. Ja, ja. Nix wert. Ja. Billig. So. Meine Tür. Meine Tür. Meine Tür. Meine Tür. Warten sie mal kurz. Ich hab da doch mal weg da drüben. Ah, ne. Da war ja keine Heizung. Ich habe gedacht, ich hab eine Heizung vergessen. Die immer so aggressiv sein müssen. Die brauchen die Tür noch eh nicht. Die machen sie auch bloß kaputt. So, die Betten lasse ich jetzt einfach mal stehen. Okay, sie sind unten total am ausrasten. So. Okay, soll ich das auch mal leer machen? So. Gut, aber das ist alles schon, wo wir waren. Okay. Oh, boah. Hey, eine Tasche. Ich hab den Durchblick. Gerade, dass da keine Minen sind. Ja, der fährt auseinander. Der Junge. Oh, wie gesagt. Ich hasse das. Wo geht's denn hier weiter? Geht's auf jeden Fall nach unten. Ich will noch nicht nach unten. Gut, weil da Zeit, dass uns angezeigt wird, wo wir hin müssen. Das ist nicht so einfach. Geht's jetzt in eine Etage tiefer? Oder falle ich denn zu tief, wollte ich gerade sagen. Wo sind sie denn? Ich bin extra runtergesprungen. Sind wir denn hier? Gut, hier ist dann aber auch nichts. Hallo, die sind nicht die Deeds-Sucher. Gerade. Wo kommen sie denn? Eigentlich müssten sie da kommen. Ach, von da oben. Von da oben. Hä? Keine Ahnung. Ich geh mal hier runter. Oh, jetzt sind wir schon wieder ganz unten. Rück mir nie auf der Pelle. Ich bin verwirrt. Ich versteck mich hier. Fett euch an, yo. Gut, ich versteck mich nicht hier. Ich mach die Tür mit. Aber wo soll denn hier noch ein Zombie sein? Es muss ja über uns sein. Mr. Zombie. Wo sind sie denn? Hey! Hey, du spielst aber nicht mit. Und es sind die, die runtergefallen sind. Also von hier aus. Aber hier ist auch nichts. Hier sind wir nämlich auch durch. Also hab ich hier das richtig gemacht. Nochmal eine Etage höher. Hier vielleicht eben übersehen. Was ja durchaus möglich ist. Hier haben wir alle weggemacht. So, und dann hab ich... Ich bin... Ich bin hier auf die andere Seite runter. Bin verzweifelt. So, hier war damals ein Paket drin gewesen. Ne. Also... Normalerweise... ...wollen wir jetzt ein Paket suchen. Aber tun wir ja nicht. So, denn jeder Tier will ja runter. Wir gehen mal auf die anderen Seite. Nochmal. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Nee, das ist hier nicht. Hier. Aber hier ist doch nichts. Hier kommst du nur hier rüber. Das ist bei mir so klar. Wo sie gehen natürlich finden, Alter. Und ich krieg die nicht. Vielleicht unten. Keiner. Wo war jetzt die Leiter? Äh, die Treppe nach unten. Ja, ja. Bis jetzt... Ach so, ja, 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 gut. Was hab ich mir eigentlich denken müssen. Ich bin ja auch noch nach unten. Ich würd mal sagen, ich bin dumm. Ich hab natürlich den Keller heißen. Ist aber alles kein Problem. Es ist eine leichte Verzögerung. Ach, von hier wär ich rin gekommen. Also auch... Oder beziehungsweise da muss ich auch noch rin. Wir machen mal kurz einen Seitenwechsel, Leute. Oh, Alter. Hört sich nicht hier so ein... Pass auf nicht. Ich brauch Munition. Oh, nee. Ich wusste das. Ich wusste das. Die nächste ist auch schon da. Scheißendreck. War eine sehr, sehr gute Idee. Ah, nein. Aber keine Panik. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Die sind jetzt auf der Seite. Ey, Munition. Könnt' ich vielleicht die nächsten brauchen. Die sind jetzt von hier. Die sind schon da. Was? Guten Tag. Achso. Ups. falsche Richtung. Habe ich mir gesagt. Stress und so. Wagt sich über mich hinaus. Nehmen wir nie auf den Sack. Ich muss mich doch ab und zu mal heilen. Lass mich doch mal ein bisschen heilen. Ne. Dadurch wird dann auch nicht besser. Oh, nu. Entschuldigung. Ich muss mal kurz wieder runter. Äh. Ne. Ich muss hoch. Warten Sie. Dankeschön. Alter. 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 Da meine Nase juckt. Und der Ene, der ist nämlich da hinten. jetzt ist bloß noch einer und der müsste dann auch aus dieser richtung kommen das ist der moment wo ich eigentlich ein bisschen leiser sein sollte ich hau hier so machen hinter den ohren warten sie mal kurz ich muss mich mal kurz wie brauche ich nicht ein bisschen honig auf der wunde und er passt jetzt schon wo wir sind ja das mich hier hunden hat mich wie ich glaube der fahrt im mini sicher aber ich werde trotzdem bluten uns können sie die quest nicht mehr nehmen oder den jedem sohn zwar den ganzen staff gab es mir verdient alter junge das war ja wieder känguru er ist auch schon wieder da und beide mache ich so weg brauche ich keine knifften so jetzt brauche ich irgendwie eine ecke in der ich schön ihr schild abhängen kann gut da mal ach so ich kann hier die klappe schließen in coming enemies prepare for conflict jetzt machen wir auch mit der kohle Oh, die sind tot. So. Warten Sie mal, Leute. Ich werde mal hier die Nacht absetzen, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass ich noch ein bisschen lauter sein sollte. Ich werde mich jetzt hier ganz, 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 ganz ruhig verhalten und die Nacht überleben. Oh, es geht weg. Also nicht hier, sondern hier, Zombie, tot. So, da bin ich auch, Willa. Und ich habe Blödsinn an die Stelle, die alte Wies, wo wir sind. Ich war gerade im Menü, habe ein bisschen aufgeräumt und ja, beim Auslocken habe ich hier auf Pistole gedrückt, statt auf Anvisieren, also auf Schießen, statt auf Anvisieren und natürlich habe ich gleich rumgeballert, aber wenn sie da ist, dann verschwinde ich einfach da. Auf der anderen Seite. Oder? Kann ich hier hoch? Die wollen mich nicht hochlassen. Gut, ich mache die Türbele zu. Es war eine dumme Idee. Gut, vielleicht habe ich sie jetzt auf die Seite gelockt. Also, ich habe hier komplett zugebaut. Das ist mein Holz. Nimm ich auch wieder mit. So. Ey. Ey, Klub, sie hat uns nicht gesehen. Klub, jetzt können wir abhauen. Hauen! Nicht mich hauen! Abhauen! Das wollte ich. Ja. Ja, ja. Brauche ich mehr Munitionen. Lassen Sie uns mal durch hier. Da lang. Ich brauche einen Ausgang. Und das sehr, sehr, sehr schnell. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Äh, drei Sterne Bewertung. Und tschüss. So, da bin ich wieder. Wir haben es fast geschafft. Dauert mir aber zu lange. Hab ich mir gedacht, ich würde mal kurz hier rüberkicken. Könnte ja sein, dass hier irgendwas brauchbares ist. Aber ich glaube, hier haben wir letztes Mal schon drin geschaut. Nee, da sind noch ein paar Tote. So heißt es, es ist wieder respawned. Das ist ja sehr, sehr gut. Kann ich ein bisschen Kacke sammeln? Das ist genau das, was wir brauchen. Und noch mehr Kacke. Also jetzt übertreiben sie es mit der Kacke. Die ist ja mal richtig Kacke. Würde tatsächlich auch nicht richtig gelohnt. Außer jetzt zeitmäßig. Na gut, wollen wir uns nie beschweren. Aber das war doch noch nie alles. Hier fehlen auch noch ein zwei Zombies. Lob hier in den Gräben. Da müssten auch noch ein zwei Zombies liegen. Oder auch nicht. Hä? Aber das ist uns egal, denn wir können jetzt die Quest endlich abgeben. Genau. Best abgeben. Oh, ernst schnell. Äh, nee, wartet mal. Kann ja schon mal hier so... ...lajieren machen. So. 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 Und so. So, so. Na komm, Eisen. Eisen. Also. Das ist ein bisschen viel gewesen. So. Jetzt haben wir fertig. Fix und fertig. Gut. Aber ich hab gleich mal aussortiert, was Verkauf werden kann. Jetzt war ein Liter. Erstmal hier eins nicken. Schnicken. Wo waren wir? Das ist viel ertragen. Das ist wieder ja nie. So, die Munition. Ja, gut. Jetzt nicht so, dass ich das bräuchte. Wir haben nämlich schon wieder 3000 eingesammelt. Wenig. Also, Kassensturz ist schon mal ja nie so verkehrt. Also. Da sind schon wieder eins wie Geld zusammengekommen. Mal. Äh. Hab ich letztes Mal ja nie gemacht. Irgendwann. Ich hab zwar die Mod installiert zum Auseinandernehmen. Dauer. Könnte zwar gut sein, aber. Ah. Fühl ich jetzt nicht. Das fühle ich schon mehr. So. Das könnte ich auch gebrauchen für die Horde. Schöne Geld, was ich auch gekriegt habe. Gleich will er. Mit vollen Händen ausschmeißen. Da draußen. Dein Gyrocopter 90.000, ha? Nee. Fente. Aber ich glaube, den kannst du ja nicht verkaufen. So. Äh. Nee. Das ist auch nichts. Nee. Das ist auch nichts. Hier ist nichts. Nichts, was ich haben wollen, tun, würden, sollen, müssen, können. Doch. Da ist was. Aber hab ich schon hergestellt. Ich brauche dette. Als Industrie. Ding jetzt. Gut. Nächste Quest. Oh. Ah. Hier ist ein Ohrneu. Und auch dieser werden wir erst morgen machen. Mann. Wie ziehen sich her schön in die Questen. Aber es war lustig. Ich fand das cool. Also. Wenn es euch auch gefallen hat. Däumchen, Träumchen und so. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Abonnieren. Kostet euch nischt. und hilft mir hier in Haus. Und jetzt helfe ich euch. Macht euch einen schönen Tag in Haus. Tschüüüü.